Wenn wir an die großen Persönlichkeiten der Geschichte denken. Meistens stehen sie auf einer Bühne und reißen Menschen mit. Sie begeistern ihr Publikum mit bemerkenswerten Ideen. Mit Ideen, die unsere Geschichte verändern. Mit Ideen, die Fortschritt bringen. Aber weißt du, was noch viel bemerkenswerter ist? Wie viele Ideen, wie viele Durchbrüche, wie viel Fortschritt verloren gegangen ist, weil Menschen nicht die Fähigkeiten hatten, andere Menschen zu inspirieren. Und genau das wollen wir verändern. Bei Greater haben wir in den letzten Jahren mit einigen der größten Persönlichkeiten unserer Zeit gearbeitet. Was machen diese Persönlichkeiten auf der Bühne anders? Was musst du von ihnen mitnehmen, damit du andere inspirieren und von deinen Ideen überzeugen kannst? Ganz egal, in welcher Situation du dein Publikum überzeugen möchtest. Zwei Punkte unterscheiden wirklich herausragende Redner. Von weniger herausragende. Erstens, sie sprechen auf der Bühne authentisch. Sie brennen für ihr Thema. Sie sprechen aus dem Herzen heraus. Sie haben ein Anliegen und sie vermitteln einen wichtigen Content. Sie wissen, wer sie sind. Sie wissen, wofür sie stehen. Und damit, mit dieser Haltung, inspirieren sie ihr Publikum. Zweitens, sie nutzen die richtigen Techniken in der Präsentation, um die Menschen emotional abzuholen und mit ihrer Performance zu begeistern. All das Wissen aus vielen Jahren Arbeit mit Topspeakern haben wir in eine Ausbildung verpackt, die dich dabei begleitet, deine Ideen und neue inspirierende Geschichten auf die Bühne zu bringen. Wir haben viele Menschen auf ihren Auftritt vorbereitet. Einige von ihnen stehen heute auf den großen Bühnen dieses Landes. Hast auch du Ideen, Geschichten oder Produkte, von denen du Menschen begeistern möchtest? Wäre es nicht schade, wenn niemand davon erfahren würde? Du wünschst dir eine individuelle Begleitung hin zu deinem ersten bühnenreifen Vortrag? Du möchtest von Menschen lernen, die schon vor hunderttausenden Menschen gesprochen haben? Dann solltest du bei The Key mitmachen. Über sechs bis acht Monate wirst du von uns individuell begleitet und trainiert. Und du lernst alles, was es braucht, um eine bühnenreife, inspirierende Performance abzuliefern. Du erhältst Zugriff auf ein ausführliches, digitales Kursprogramm von renommierten Experten. Das kannst du jederzeit, so oft du willst, in deinem Tempo durcharbeiten. Außerdem begleiten und trainieren dich Coaches in 1 zu 1 Live-Sessions. Und in Q&As hast du die Möglichkeit, Experten, die selber auf großen Bühnen stehen, deine Fragen zu stellen. Egal ob Körpersprache, Energie oder Stimme. Egal ob online oder offline. Egal ob inspirieren, verkaufen oder informieren. Unser Anspruch an das Programm ist, dass du am Ende einen perfekten Vortrag hast, mit dem du dein Publikum berührst, begeisterst und im Leben weiterbringst. Warum wir uns da so sicher sind? Weil es zusätzlich noch eine Überraschung gibt, wie du deinen Vortrag jederzeit auf der Bühne üben kannst. Sobald wir all diese Schritte gemeinsam gegangen sind, absolvierst du perfekt vorbereitet dein Speaking-Examen vor unseren Experten. Bedeutet, nach bestandener Prüfung bist du ein offiziell zertifizierter Speaker. Und wer weiß, vielleicht machst du nach deiner Ausbildung auch den großen Schritt auf die Bühne. Du wärst nicht der erste Absolvent. Klingt das interessant? Finde in einem unverbindlichen Erstgespräch heraus, ob auch du das Zeug zum Speaker hast. Klicke jetzt auf den Link unter oder neben dem Video und vielleicht lernen wir uns bald kennen. Klicke jetzt auf den Link untertitel Term sweating. Klicke jetzt auf den Link untertitelung clip